Ich habe keine Klamotten mehr zum Ansehen und wir haben gestern noch in Hamburg gespielt und für mich ist das das erste Mal, dass ich so unmittelbar zwei Konzerte hintereinander in fremden Städten habe und da habe ich diese Jacke angezogen, weil das war das Einzige, was ich noch dabei hatte. Immerhin hast du noch mal dabei, ne? Wie ein Nacktspiel. Könnte ich auch, aber ich klusse. Ich weiß nicht, ich würde ein, zwei hier wahrscheinlich nie nein sagen. Geh aber von aus, ne? Ja, auf jeden Fall, Chris und ich, wir haben uns vor einigen Monaten so kennengelernt und haben zusammen musiziert und so und da haben wir dann irgendwie jetzt so relativ spontan gesagt, komm, wir ziehen das mal durch, wir spielen dann so Shows zusammen und haben dann gedacht, es wäre auch ganz nice, wenn wir auch zusammen Songs spielen, nur war sehr viel zu tun und deswegen haben wir uns dazu entschieden, einen Song mal zu machen hier. Das versuchen wir jetzt einfach, ja? Ja, und wer den Song kennt, wer kennt Codaline von euch, die Band Codaline? Genau, und singt doch einfach, singt doch einfach den Lufthorn mit. Ich kenne einen, der freut sich da gerade ganz besonders drauf. Ja, wir versuchen das mal, okay, sonst geht's. Ja, ich kenne einen, der freut sich da gerade ganz besonders drauf. Ja, 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 sicher. Ja, ich kenne einen, der freut sich da gerade ganz besonders drauf. Ja, ich kenne einen, der freut sich da gerade ganz besonders drauf. Ja, ich kenne einen, der freut sich da gerade ganz besonders drauf. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020